Guten Morgen Leute, willkommen zurück zu einem neuen Vlog und heute werden wir lange fahren, lange Autofahren und zwar fahren wir, dreimal dürft ihr raten erstes mal falsch, zweites mal falsch richtig, wir fahren zu Jayden und er weiß davon gar nichts, das ist witziger und also wirklich niemand weiß was davon außer der Vater, der hat nämlich alles geplant der hat übrigens heute auch Geburtstag also alles Gute, alles Gute zum Geburtstag an dem Tag, wo er das sieht oder an dem Tag, wo er Geburtstag hat und ja, deswegen fahren wir dahin wir haben ja in der letzten Woche schon einen Spendstream für den Jungen gemacht für die Leute, die es nicht wissen, er ist sieben und ist sehr, sehr krank aber er ist verdammt gut in Fortnite wirklich, er ist wirklich gut ach ja, und dann hier aus der Zukunft nochmal hier und zwar, wenn ihr wirklich was spenden wollt, findet ihr auch einen Link in der Beschreibung dort könnt ihr so viel wie ihr möchtet spenden jede kleine Summe zählt und ja, er kann wirklich gut spielen ich war echt überrascht, er war unglaublich aber das Problem ist, ich habe ein bisschen verschlafen und ich bin auch super krank ich habe nämlich eine Haarndröhrenentzündung aber ich will nicht drüber reden weil mir, mir ist das peinlich, okay tu mich nicht so an tu nicht so, als hättest du sowas nicht okay wenn ich Wasser lasse, brennt es aber enorm ne, das ist wirklich schlimm ich habe es nicht gedacht ich habe noch nie sowas und manchmal, manchmal denke ich mir so, wenn ich sowas habe wieso ich, wieso ich, hä? bevor ich losfahre, werde ich mir auf jeden Fall noch einen Eiweißcheck machen müssen, Leute ähm, aber dazu muss ich auf jeden Fall erstmal mir einen Kaffee machen, weil ohne Kaffee geht bei mir nix deswegen, ja, ein Eiweißcheck wird auch wichtig sein aber erstmal also ich werde, ich werde so machen, dass ich kurz äh, einkaufen gehen fahr und dann werde ich Milch holen da werde ich mein Auto draußen stehen lassen und dann werde ich ich kann nicht reden am Morgen, ich weiß nicht, woran es liegt und dann werde ich was werde ich danach tun? genau, dann werde ich kurz nach oben gehen, mir einen Shake machen und dann komme ich wieder nach unten und fahr los und vielleicht nehme ich immer was mit ich glaube, ich finde mir noch ein bisschen Fleisch einfach nur ein bisschen Eiweiß für den Weg, weil ich meine, ich fahre vier Stunden uhhhh, das ist eine lange Zeit naja, aber mir mit meinem Waagesteller, okay ich meine mein Waagesteller Sakete so lange es keine Geschwindigkeitspräsentung gibt bin ich schnell da und zwar habe ich hier gesagt, ich werde eine Playstation 4 verlosen, Leute übrigens, ich habe einen Kaffee in der Hand, meine Kamera, wie bekomme ich das auf, ne? ist die Frage und es geht ganz ganz simpel und zwar mit einem Tritt geht alles auf, meine Freunde aber weil sieht man es gar nicht tatsächlich ach Gott, was tue ich jetzt was tue ich jetzt, wie zeige ich euch das am einen haben wir einen Löwen geholt so sieht der aus ziemlich cool, oder? aber ich muss noch das Schild abmachen, bevor ich hingehe äh, sehr süß auf jeden Fall ich mochte den Löwen, ich habe ihn gesehen, wollte ihn sofort haben, weil er einfach so cute ist und wir haben ihm die Playstation 4, die normalerweise an die an die Spender ging eigentlich ähm, beim nächsten Mal beim nächsten Mal werde ich es auch wirklich tun, dass ich eine an die Spender verlose aber einen Moment und zwar ist es eine Playstation 4 mit Star Wars Battlefront 2 es gab kein Andress-Bundle das war aber das war aber, ja ein ziemlich Bullish-Bundle deswegen heute mal wieder rein, Leute oh man, ich kann gar nichts mit einer Hand machen, das ist so schlimm 3 Milch habe ich mir geholt und 3 Fleisch was sehr gut ist, Leute weil Milch brauche ich immer für Eiweichshakes und alles und das Fleisch werde ich mit auf den Weg nehmen, weil ich feiere 4 Stunden und ich werde, ich werde nicht alles essen, niemals im Leben ich werde das in 4 Packungen aber ich nehme mal mehr mit ach, wie viel soll ich dann mitnehmen? ach, warte ach, ich weiß es nicht weil ich kann ja nichts essen also ich nehme einfach nur alle 4 Milchs vielleicht habe ich es ja doch obwohl ich es nicht glaube ne, es ist ziemlich viel ich habe das mal an, Leute egal, erstmal Eiweichshake es gibt einen Trick, wie das Teil, was sich jetzt unterdreht sauber bleibt und zwar indem man den Shaker rausholt während es sich noch dreht Lifehack mit Danny sieht das ich meine, es ist nicht sauber es sieht sogar ziemlich eklig aus aber das, weil ich lange nicht mal gewaschen habe ja, es ist eklig aber wisst ihr, wie schwer es ist, dieses Teil zu waschen? es ist verdammt schwer aber der Shake ist fertig und den trinke ich jetzt kurz aus äh, super, super 95, super 100 nein, ich sage super 95 es gibt leider kein super plus hier zumindest nicht da, wo ich jetzt gerade stehe aber tanken muss sein, aber beim Autofahren filmen ist super schwer, Leute das kann ich euch sagen es wird sehr teuer das tanken ist mit dem Wangen leider immer sehr teuer, aber das gehört dazu und Übrigens, ich wusste gar nicht, dass man irgendwann loslassen kann man kann irgendwann loslassen und dann macht das automatisch ist es automatisch? ich glaube ja ja nice ok, pumpe pumpe das Zeug rein, los das gibt mir Energie ok, bin da war eine längere Fahrt aber ich konnte auch nicht so viel filmen im Auto weil die ich meine die Kamera ist jetzt drum gewackelt und so weiter und so fort und ich habe jetzt schon den Bruder und die Schwester angetroffen und ja, die haben mir mein Flüchtig abgenommen danke dafür es war sehr schwer und ja, wir sind auf jeden Fall da und ich muss sagen ich mag die Gegend ich meine, jetzt darf ich eigentlich filmen, was es hier gibt eigentlich nicht oder? das wäre nicht so höflich ich glaube ich überhaupt ich habe keine Ahnung oh, das ist der Vater wir sind jetzt da auf jeden Fall Leute hier in Shaden und äh, wie geht's dir? gut sehr gut ähm auf jeden Fall, ja äh, keiner wusste was davon also die Mutter wusste nichts davon sie war überrascht aber total genau und äh, ja es ist sehr cool hier zu sein auf jeden Fall äh, was soll ich sagen ich weiß es gar nicht äh, wollt ihr was sagen? äh, also wir freuen uns auf alle Fälle ich würde Schaden dass wir das machbar gemacht und fertig kommen gerne, sehr gerne und du kannst dich glücklich schätzen Schaden begrüßt nicht jeden so freundlich äh, das finde ich sehr gut, sehr gut hast du gleich erkannt, oder? mhm sind ja zu laut gesagen sind ja zu laut gesagen Schaden ist oben super na gut na gut Leute, wir sitzen jetzt am Tisch und hier gibt's leckeren Kuchen allerdings esse ich keinen Kuchen also äh, ja aber ich hab meinen Kaffee getrunken und ähm ich wollte euch einfach mal die Familie vorstellen ähm weil ja es ist sehr, sehr cool hier und sehr schön hier auf jeden Fall also ja wer bist du? Hi, ich bin Sidney und bin 17 Hi, ich bin Justin und bin 18 und ich bin der Papa Ronny und bin 28 äh, 38 38 und du? Ich bin der Tränen Genau Also ja Leute, das ist die Familie und ähm ja ich find's einfach super hier alle sind super, super nett und ähm ähm ich bleib noch ein bisschen wir unterhalten uns noch ein bisschen und dann äh genau schauen wir mal Wir werden jetzt ein Unboxing machen der Playstation 4 es wird einfach randios packst du sie jetzt aufstellen? mhm mhm okay das war ja ich hab erfahren, dass Jayden nicht der größte Star Wars Fan ist aber ähm ja das war das einzige Bundle was es gab tatsächlich hast du sogar eine bessere Playstation als ich weil das ist ja die Playstation Pro genau Oma hat mir auch noch eine Riss hier ja und die hab ich auch gespielt ähm äh 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 eigentlich hab ich gesagt ähm die Playstation wird jemand bekommen der gespendet hat aber das machen wir beim nächsten Mal halt nochmal so aber dieses Mal hab ich gesagt okay die Playstation geht dann doch an Jayden einfach ja genau genau ja ne deswegen haben wir es auch so gemacht das ist die Leute sie hat sogar so ein kleines Logo doch ich will mal die Playstation aufgucken was können wir? machst du mit? die Playstation aufbauen ja ich klar kann ich helfen ich glaub das ist ein Star Wars Logo oder? ne ne nicht? ne kann man das spüren überhaupt? ja sehr gut ähm schon schwer ok wir haben die Playstation ausgepackt und jetzt werde ich sie mal helfen sie anzuschließen wir haben es geschafft die Playstation anzuschließen yay jetzt lädt sie gerade was macht sie sie update oder? ne jemand wird sie noch mit dem Internet und sowas verbinden müssen also es kann noch dauern wir haben jetzt alles angeschlossen und Star Wars funktioniert macht Spaß Jayden? mhm Jayden ist nicht der lustige Star Wars Fan aber das war das einzige Bundle was die hatten früher war ich gerne eine wieso nicht mehr? nein ne jedes neue Update von Star Wars durchkommt ich mag dich nicht mehr verstehe ich verstehe ich auf jeden Fall hat er gerade so eine Art Sith Lord der extrem abgeht und ja jetzt äh machen wir erstmal jeden fertig richtig mein Gott er kann ja doch nicht ok so jetzt spielen wir Fortnite Star Wars ist ausgelutscht geworden jetzt äh ich meine kommt schon vier oder später endet man eh immer bei Fortnite egal was man spielt richtig mhm du magst Fortnite? er ist verdammt gut wirklich also er kann gehen nur Platz 1 oder? ne ich nicht so oft ne nicht so oft aber ab und zu reicht ja so Leute ich fahr jetzt wieder zurück ich äh kann leider nicht also wir filmen beim Autofahren aber es war sehr schön auf jeden Fall äh ihr findet nochmal den Spenden Link wenn ihr nochmal spenden wollt ich glaube ein bisschen Euro reicht 50 Cent reicht hau Hauptsache irgendwas äh wenn ihr spenden möchtet könnt ihr es gerne tun und äh genau auf jeden Fall fahr ich mal nach Hause ich muss ja auf die Fahrt befestigen weil ja sonst hab ich ein Problem ok Leute ich bin wieder zurück zu Hause ich wollte nicht all zu viel vloggen weil beim Autofahren kann ich eh nicht vloggen ich meine ich musste tanken aber das ist nicht all zu sehr interessant deswegen ja das war's das war's mit meiner kleinen Reise ähm ich wollte die Familie nochmal besuchen weil es einfach persönlicher ist und es hat sehr viel Spaß gemacht so lange Fahrten sind immer anstrengend vor allem von meinem Rücken ich hab das Gefühl irgendwie keine Ahnung aber an einer Stelle tut es immer weh aber es ist alles ok es kommt nicht ok ich meine das war's wert definitiv aber haaa lange Fahrten na gut wie auch immer äh ja vielen Dank für seine Schauen äh ihr findet den Link äh für die Familie in der Beschreibung wenn ihr irgendwas spenden wollt jede kleine Summe zählt wenn ihr wollt und für meine solche Videos lassen dann oben da falls du es geschafft hast schreibe lange Fahrt in die Kommentare und ich seh dir nicht so wieder bye bye Danke für deine Schauen des Videos Wenn dir das Video gefallen hat würde ich mich freuen wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken die findest du rechts also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet ich bin mir sicher es gibt bestimmt irgendwas was dir gefallen wird und wenn du es nicht getan hast kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video Contents und wenn du schon abonnent bist kannst du unten gerne die Glocke anklicken damit du immer benachrichtigt wirst wenn mein Video hochkommt aber danke fürs Seine Schauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder Ciao Ciao